so liebe freunde es geht weiter könnt euch die story wieder gerne durchlesen ich lese mir zumindest teilweise auch immer was durch was aber verdammt jetzt konnte ich irgendwas mit first aber ich jetzt nicht lesen können das war zu schnell ich habe gerade erst auch ein bisschen später aufgeguckt aber egal auf jeden fall sind wir jetzt in der dummen rebellenbasis part 3 wie schlecht selbst das hier normal dass es hier knallt ja gut ok weiß ich ja nicht dass ihr das als normal empfindet die rebellen haben irgendwie so ne lumpigen stützpunkte ah du kommst mit ja du wolltest bestimmt eigentlich diese headcraps gerade zerschnippeln aber irgendwie hat das nicht ganz so geklappt mit der animation geht doch mal vorne aus dass das die toiletten sind ja wirklich sehr gut ausgegangen so ich habe aber eben auch schon kommen meins gehört warum kommst du jetzt mit bleib mal hier ich brauch dich eh nicht was ist das hier für ein raum muss ich hier zufälligerweise hin ich kann durch treppen durch glitschen geil ich kann ich einige scheiße ich Very dass ich also mhm, dann zeig mir mal ah Gott, ich steh dir im Weg aber ich kann auch nicht weggehen oh mein Gott, ich hänge was? ach so ah, super ich hätte mit Dr. Kleiner zusammen auf die Fahrstuhlplattform gehen sollen jetzt bin ich ja mal gespannt hätte ich auch von der Tür aus reinkommen können warte jetzt Gott ich muss aufpassen ähm, ja, das sieht ja mittlerweile nach Combine-Technik aus was ist das hier? so komischer Fahrstuhl war denn das ähm Gordon Freeman und über die Zeit Gordon, warum positionierst du dich nahe das Panel und warte für meine Worte okay, welches Panel ich darf nicht okay okay das ist ein Zufall sorry, dass ich jetzt gerade so wenig sage, aber ich lese gerade selber ich weiß, es ist selten, aber es kommt auch echt mal vor oh mein Gott, der Ladescreen gleich danach also ich habe jetzt nicht alles mehr eins zu eins durchgelesen, sondern im Teil nur überflogen aber trotzdem ich will wow Alter ist jetzt mal die Waffe hierher geflogen eine Mine oder was was ist hier eingeschlagen, ja Heli gut, okay gut, okay ich dachte schon Tür ah, alles klar Tür mit was ist das denn? Null Sinn? okay ja, man muss ja alles mal gesehen haben okay ich muss auf jeden Fall in dieses Gebäude vermute ich mal also ich muss den Game schon mal jetzt als positives geben, es ist nicht kurz geschnitten, es ist recht lang geschnitten obwohl, wir sind erst im Part 8, aber es ist schon ganz gut, muss man so sagen alter hier einfach so eine Treppe hingekliert und dann eine Leiter, die du auch noch feststackst äh was gedenken die, dass ich jetzt tue, achso waaah oh Gott WALO WALO so alter Schwede so breche ich mir noch ein Partenöchel? nein, ok gut ich dachte ich muss jetzt schon wieder meine zarten was hat er was was zum teufel wollt ihr von mir super kann ich ja schon oh verdammt was hat mir das jetzt gebracht hä wollen die mich jetzt hier irgendwie den sind habe ich jetzt gerade nicht gescheckt bin jetzt ein bisschen verwirrt warum achso ich hätte durch die fenster gehen sollen oder was wahrscheinlich war das der grund aber wie soll ich denn bitteschön da durchkommen wenn die blinderten sniper hier ballern wie die hongs ach da ja ich muss hier runter hübschen sein kopf versenkt ne schrot und oh gott oh gott überall die haben sie doch nicht mehr alle ey wie soll ich denn das schaffen ey jetzt ganz ehrlich oh verdammt echt ein bisschen angst ok versteck mein gott ist das lächerlich oh oh gott oh gott wo schießt du mein freund nacht ist nicht kaputt ach verdammt weiß nicht wo ich hin muss das schaffe das schaffe ich eh nicht das überlebe ich niemals egal wo ich hingehen will scheiße oh mein gott vor allem die sniper hier in diesem game sind so verfickt zielgenau verdammt da muss ich mir mal was einfallen lassen irgendwas was ich vor meiner nase halten kann gibt es hier irgendwie ein fass das wäre so das wäre richtig geil so ein fass was ich mir vor der nase halten kann das wäre richtig cool aber das gab es hier nicht verdammt was mach ich denn da das ist knackig das ist das mit den snipern muss ich sagen haben sie ganz schön krass schwer gemacht ah gucken voll gemacht hier ein bisschen verdammt verdammt da steht so geil dass ich ihn von hier aus nicht naja gut dann schieße ihn halt mal an woran kann ich denn da rennen ich hab ja nicht mal granaten mehr gewehrgranaten habe ich auch nicht was zum teufel das ist ja wirklich schwer wow oh gott das war ja schon mal fail oh gott ok wo sind noch mehr sniper keine ahnung ist mir völlig wurscht aber ich hab so ein bisschen grad den dreh raus was zum teufel vor allem ich sehe keine kombines was ach sehr gut sehr gut ich spreche nochmal an der stelle ne ich nehme mal die smg und die sniper in der hinsicht die arme raus wo wow ok ok muss ich ein bisschen aufpassen ich weiß nicht ganz genau wo die hinschießen wollen ich hab auf jeden fall wieder scheiß combine schritte gehört jetzt muss ich ganz ehrlich sagen doch jetzt wird schon ein stück schwerer wo über mir verdammt jetzt hat er mir noch so viel abgezogen wo irgendwie muss ich übrigens nach hoch kommen da sehe ich doch bestimmt wieder irgendwo eine leiter oder sowas blöd fug naja ich hab jetzt keinen übersehen was soll mir das auch bringen wenn ich da sag ich mal da oben lang kann oh oh god war das schon wieder knapp oh god dieser verfickten sniper ey ach da kann ich lang ok gut ich sehe gar nichts ich sehe einfach nur ein bisschen Lichtblitze einfach drauf schießen oh mein Gott ist unfair ich sehe nichts ok gut alles klar Freunde wir sehen uns in der nächsten Folge und dann kämpfen wir uns weiter durch das Sniperareal durch also Freunde tschau hör auf zu schießen da oben du nervst tschau ähm immer noch schau ich drück an dauernd die Screenshot taste das ist aber die falsche taste tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020